Bei Blur handelt es sich um einen Film- und Fotoeffekt, der einzelne oder ganze Teile von Filmen bzw. Fotos unscharf werden lässt. Diesen Effekt anzuwenden kann mehrere Gründe haben. Zum einen wird damit erreicht, dass Personen oder Gegenstände unkenntlich gemacht werden können, die nicht erkannt werden dürfen, wollen oder sollen, wobei dieser Unschärfe-Effekt dann der typischen Verpixelung dient. Und zum anderen kann man Videos damit generell interessanter gestalten, indem man beispielsweise einen unscharfen Hintergrund hinzugefügt hat und diesen danach mit einem anderen oder sogar demselben Foto etc. in Klarsicht überlagert. Was somit also auch dazu dienen kann, etwas Bestimmtes hervorzuheben.